Cornelio und seine Bewohner wurden alle zu Gammelfleisch für Aldi verarbeitet und jetzt ist die Kacke so am Dampfen, dass wir sogar zum Endboss mutieren, wenn wir sind Jack Garland. Oder irgendwas in der Art und Weise. Denn wir haben unsere Freundinnen und Freunde auf dem Gewissen und werden uns jetzt in unser Domizil verpissen. In den Chaos-Tempel! Nach Astors Tod wird eine gewaltige Nebelschwade freigesetzt, die Jack und die anderen einhüllt. Sie offenbart ihnen, dass Astors ihr einst ihr Freund und enger Gefährte war. Sie beschließen, Astors' Mission weiterzuführen und Cornelia vor den bösen Machenschaften der Lufinianer zu beschützen. Bei ihrer Rückkehr nach Cornelia bildet sich ihnen jedoch ein grausames Bild. Die Stadt ist zu einer blutigen Arena geworden, in der es vor grausamen Monstern nur so wimmelt. Die Gefährten suchen Prinzessin Selau und Prinzessin Mia aus der Stadt zu retten. Doch als die Flucht schon gelungen scheint, werden die Prinzessinnen niedergestreckt. In Jacks Armen tut Prinzessin Selau ihren letzten Abzug, was den Krieger an tiefe Verzweiflung stürzt. In diesem Moment greifen seine Verbündeten ihn urplötzlich an. Zunächst wehrt er ihre Schläge nur ab, doch dann greift der Zornbesitz von ihm, woraufhin er einen nach dem anderen törtet. Jetzt, da Prinzessin Selau tot ist und seine Freunde durch ihn umgekommen sind, wird Jack von Fensterlos und Verzweiflung verzehrt. Er erinnert sich an Ausfasswort und macht sich auf den Weg zum Chaos-Tempel, dem Extraktionspunkt. Er flieht vor der Polizei, das ist alles. Chaos-Tempel 1, dieses Gebäude gab es nicht, zumindest nicht laut lufenianischen Aufzeichnungen. Es wurde zum ersten Mal entdeckt, als die fremden Hirn entsandt wurden. Es bleibt ein Rätsel, wieso es gerade dann erscheint, wenn die Finstel nicht sich ausbreitet. Ich schätze jedoch, dass ihr, meine lieben Freunde, sein Erscheinen bedingt. Jetzt, da ihr euch alle Chaos hingegeben habt, bringt es euch zusammen und konzentriert all eure Hoffnung. Hier beginnt eure Geschichte und hier wird alles enden. Hi! Das Ende ist nah! Muss ich jetzt wieder ans Ende, oder? Moment, ich kann hier nochmal... Ich bin im Ninja-Boot. I'm on the Ninja-Boat, bitch. Schlagringe brauche ich nicht. Scheiß, habe ich das schon? Ja, das haben wir schon. Ninja-Appenität. Ninja-Affentät. Der Affentäter. Huch! Äh, ich bin... Gut, das kennen wir hier noch, glaube ich. Brief an Jack 1. Die Lofenianer sprechen mit Ehrfurcht von der ruhmreichen Zukunft. Doch für wen ist diese Zukunft bestimmt? Es ist so schmerzhaft wie offensichtlich, dass in ihrer Utopie kein Platz für die Lebewesen Cornelias ist. In dieser Hinsicht sind ihre grausamen Taten zumindest im Sinne des zu wahrenden Gleichgewichts völlig rational. Genau aus diesem Grund muss ich sicherstellen, dass dein verzweifeltes Vorhaben gelingt, Jack. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt. Alle Puzzleteile sind am rechten Platz. Begib dich ins Herz des Chaos-Dempels und bring es zu Ende. Begib dich ins Herz des Chaos-Dempels. Was das? Hm, was für eine bezauberne Gesangsstimme du hast, lieber Jack. Wenn das harmonische Gleichgewicht, das ihr ausmacht, zusammenbricht, kurzum, wenn die Finsternis, ihr Kristall oder ihr angeborenes Licht einen plötzlichen gewaltsamen Wandel durchlebt, entsteht eine Singularität, die das Gefüge dieser Welt verzerren wird. Sie wird die gesamte Finsternis in Cornelia anziehen. Verbindet diese sich mit ihrem Licht? Vernichten sie sich nicht etwa gegenseitig, sondern nähern sich an und bringen Chaos in die Welt? Dies muss das Ziel meines guten Freundes sein, so schmerzhaft es auch für ihn sein mag. Er braucht sie, um sein vergessenes Ziel zu erreichen und sie in Sicherheit zu wissen, ist der Schlüssel zu allem. Und so... Oh, scheiße. Hallo, Fettsack! Ja, da guckst du blöd, wa? Scheiße, da guck ich blöd! Mach mal, ob die Fledermaus kommt. Ähm... Mein, das dauert aber. Ja, das... Oh! Das freut mich doch. Okay, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Das da vor mir hat es nicht überlebt. Und... Das finden wir mega. Ja, eigentlich... Was ich eigentlich eben vorhatte, fällt mir gerade auf, war... ...nochmal meine Ausrüstung zu checkren. Bei checkren 24. So. Jetzt... Moment. Äh, ich glaube ursprünglich war es mal so, dass man von hier oben... Von da unten nach hier oben käme. So, Delle. Und da ist eine Leiter. Und die war an und für sich... ...der Zubringer zu... ...ner Abkürzung. Von daher... Gehe ich mal die Abkürzung. Ich meine, da ist der Marker ja auch so weit in der Nähe. Schade, dass wir keine Reisepunkte hier uns abgespeichert haben, wo wir schon mal hier gewesen sind. Habe ich jetzt unendlich viel Wille? Oh. Oh, hört ihr die Glocken von Orom? Ah, da vorne ist noch was. Ein weiterer Brief. Diese Welt ist Lufenias Spielplatz. Ein Labor, in dem sie ihre Experimente mit Licht und Finsternis durchführen. Alle hier lebenden Geschöpfe sind für sie lediglich Versuchsobjekte. Jack war verständlicherweise von unsäglichem Zorn erfüllt, als er die Wahrheit erfuhr. Es war Jacks reines und unschuldiges Wesen, das ihn dazu brachte, gegen seine Herren aufzubegehren, ganz gleich, wie sinnlos es auch sein mochte. Vielleicht wurde ihm auch diese Seite seiner Persönlichkeit von den Lufenianern gegeben. Doch das möchte ich nicht glauben. Ich vertraue darauf, dass Jacks gutes Herz sein wahres Selbst ist. Jack war derjenige, der unseren Plan erdachte, und selbst wenn er ihn vergisst, selbst wenn er mich vergisst, setze ich bereitwillig mein Leben aufs Spiel, um ihn auf den rechten Pfad zu führen. Wir werden unsere Welt von ihrem ungerechten Schicksal befreien und sie in eine chaotische Leere stürzen, in der sie endlich Herr über ihr eigenes Schicksal werden kann. Das ist das Mindeste, das ich tun kann, um ihm und den anderen dafür zu danken, dass sie mich als einen der ihren akzeptierten. Ja, Merk-Anon hatte die Vermutung aufgestellt von mehreren Folgen, dass das hier, wer heißt er noch gleich, Astor sein muss? Ha, Falkenflug! Ja, oh, das ging ja besser als gedacht. Der Falkenflug ist ja mega mäßig, krasso-maten mäßig. Gut, ich fürchte nur, das wird beim Boss nicht so leicht sein. Warum immer Flugviecher? Warum? Warum? Ernsthaft? Darf ich? Darf ich? Darf ich etwas um... Noch wer? Erstmal muss der Knubbelflieger hier wegflitzen. Oh, wunderschön. Nein! Ja, genau. Finde ich auch so, Jack. Wir sollten sie alle miese Sau nennen. Okay, okay, okay. Mal sehen, wie weit wir es denn noch haben. Und da brutzelt bei uns der Hoden weg, wenn ich das hier so sehe. Wenn ich wirklich unendlich viel Zeugs habe. So, ähm... Da oben hin wollen wir eigentlich... Wollen wir hier oben noch irgendwas Optionales mitnehmen? Ich teste das jetzt hier nur geradeaus, um für eventuelle spätere Abzweigungen dann feststellen zu können, ob es sich lohnt, das Risiko mitzunehmen. Ja, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal kreuzweise hier. Das ist ja reine Schikane. Wupps. Haben sie die Feinde schwächer gemacht? Oder was? Das ist ja... Oh, dreimal bumsen und das war's dann. Dann ist er am Weg gebumst, am Werden. Heilige... Oder die Macht des Chaos, die in uns reingekrochen ist, ist wirklich so geil, wie sie jetzt gerade den Anschein hat. Ich brauche meine Freunde nicht mehr. Ich bin jetzt eine Ein-Mann-Armee. Für zwei. Im Herzen der Singularität wird er wiedergeboren. Doch das allein reicht nicht aus. Er muss gewillt sein, die chaotische Finsternis der Singularität in seine Seele aufzunehmen. Ähnlich wie bei der Entstehung der Dämonen sind es Gefühle und Verzweiflung, die miteinander verschmelzen und die aus der Singularität entstandene Dunkelheit in reine Finsternis verwandeln. Von seiner tiefer greifenden Verzweiflung angezogen, wird ihm diese Finsternis auf Schritt und Tritt folgen. Es ist sowohl die Finsternis, die in diese Welt injiziert wurde, als auch jene, die hier erzeugt und genährt wurde, die ihn zum unausweichlichen Finale unseres Planes führen wird. Jetzt muss er nur noch das von mir präparierte Verzerrungsgerät nutzen, um sich und seine Schattengefährten in die Taschendimension zu schicken. Kann man diesen Satz jemandem schicken und der kann daraus ableiten, was die Autoren geraucht haben? Gelingt es uns nicht, ihnen die Macht zu entziehen, mit der sie die Welt zurücksetzen, so wird unser Plan scheitern. Nicht wahr, Jack? Was zum Henker? Moment, jetzt muss er nur noch das von mir präparate Verzerrungsgerät nutzen, um sich und seine Schattengefährten in die Taschendimension zu schicken. Ja, meinetwegen. Verzerrungsgerät klingt so, oder? Oh. Ja, nochmal ein bisschen Loot. Ah, wundervoll. Wir sind am nächsten Knubbel angelangt. Sehr schön. Ich glaube, eine Stufe habe ich geschafft. Kann ich denn da schon was aufsteigen? Uh, kann ich. Kann ich? Ähm, Moment, was soll man denn hier? Verlängert die Zeit mit jedem Angriff die Dauer des gegnerischen Statusland und Schwächung. Ja. Das benutze ich ja so häufig. Na ja, was soll's. Wir sind ja eh anscheinend kurz vorm Ende, von daher. Ja, klar. So, jetzt aber. Also wer immer sich diese Gegner-Typ hier ausgedacht hat, gehört gefickt. Also, also, aber auf böse Art. Nicht auf die gute Art. Auf die, auf die... Nein, eigentlich auf die böse. Das ist zu böse. Ich, ich habe nichts gesagt. Ich sollte... Ich kann einfach nicht denken, während ich rede. Was hier eben ja auch so eine Sache ist, die... Habe ich mal gelesen, gar nicht, zumindest an vielen Stellen, über das, was das Gehirn so in Vorleistung nach vorne denken kann, steigt. Und vielleicht stoppe ich deswegen so häufig über meine eigene Zunge. Weil ich das einfach probiere. Irgendwann haben die Gegner angefangen... Irgendwann haben die Gegner angefangen, quasi nur noch ihre Super-Specials zu spammen, zu spammen, zu spammen. Nein. Ja. Warum, warum bin ich hier eigentlich reingegangen? Weil ich weiß, dass es ein optionaler Raum war. Und optionale Räume doch häufig Goodies enthalten, aber so nicht hier. Sowas von überhaupt nicht hier. Okay. Von dort sind wir... Genau, von dort sind wir rausgekommen. Dann gab es hier auch noch optional Goodies. Ja, ja, ah, rubbel, rubbel. Du bist mein Rubbelos. Hm, Jackpot. Kann ich mich zur Ruhe setzen? Nein. Ah, das klingt so wirklich nach einer... Jetzt ist alles im Arsch. Du kannst nichts mehr daran ändern. Also, Augen zu und durch Musik. Oh, die haben sie immer noch kurz vorher, bevor die Apokalypse reinbrach, alles nochmal schön gebohnert. I like it. In weiter Ferne liegt ein Ort, den man nur als andere Dimension bezeichnen kann. Hier errichteten die Lufenianer für ihre Zwecke die sogenannten Stationen. Stationen sind für Fremde wie ein Zuhause. Für mich sind sie gewissermaßen meine zweite Heimat. Von den unterschiedlichen Stationen aus überwachen und steuern die Lufenianer das Schicksal der Welt. Mit gefühlskalter Vernunft justieren sie das Gleichgewicht von Licht und Finsternis und verfügen sogar über die Macht, das gesamte Dasein bei Bedarf zurückzusetzen. Vor langer Zeit teiltest du mir deinen Wunsch mit, unsere Welt vollständig von den Lufenianern zu trennen und ihnen die Macht zu entreißen, mit der sie die Welt zurücksetzen können. Deshalb entwickelst du einen Plan und erklärtest mir ausführlich die Rolle, die ich darin einnehmen sollte. Doch genug der Geschichten. Diese Nachricht ist wahrscheinlich mein letzter Rat an dich, ehe du nur nach Lufenia zu reist, Jack. Werde zu Chaos. Befreie uns von den Ketten dieser Möchtegern-Götter. Jetzt sind wir quasi an der, sind wir an der Pforte? Warum ist kein Knubbel hier? Egal, wir treten hindurch. Warnung. Chaos Infection. Warnung. Chaos Infection. Extraction Denied. Extraction Denied. Initiate Immediate Memory Erasure and Pacification. Screw you. Er geht nicht ins Licht, er ist das Licht. Das ist die Final Fantasy Version von Chuck Norris. Decompression in Station 19. Positive ID. Senior Agent Jack Garland. He's completely corrupted. But this wasn't in Astos' Report. He's a traitor. That's why. Contagion confirmed. Report. Unknown. Suspected metaphysical anomaly. Corruption spreading. If this continues, he'll reestablish our link to the Old World. Then we have no choice. Reset it. I see no other option. Activating Dimensional Crystal Matrix. Preparing to initiate World Reboot. Agent Jack Garland. Can you hear me? Clear as day. The station you're in is infected. We're going to reinitialize it along with the Old World. We've got no other choice. Who do you think you are? He's unintelligible. Likely due to chaos corruption. Jack. Acknowledge. Who the fuck do you think you are? Dimensional Crystal Matrix ready. Standing by. Do it. Activating. Arrogant bastards. Want to play God? I won't let you. I'll rip that power from your hands and make it my own. Okay. For... Time. Toll. Bringt ja gar nichts. Die Leiste wird nicht weniger. Naja. Aber vielleicht hier. Nein, auch nicht. Unsere Macht ist stark begrenzt. Oder? Keine Ahnung. Na komm schon. Oder unsere Waffen sind zu kurz. Ah. Jetzt aber. Oh, ihr Noten. Ich mach eure Spielzeughäuser kaputt. Ah. Wie ich es damals bei meinen Kindern am Strand machte. Sollst du mal was? Ah. Ne. Ow! Oh. Sollst du mal was? Oh. What is that? Analyzing. You're wasting your time. This soul is mine to devour. A feast fit for chaos. Okay, nächste Variante davon, hoffentlich dieses Mal mit etwas mehr Gegenwehr. Oder auch nicht. Bevor ich meine Seele entblößen kann, muss ich erst etwas anderes entblößen. Nein, Gnade, ich bin doch nur Chaos. Der Fußballspieler, Gott. Oh! Knapp! Ja, klar! What the fuck? Ach, das fängt die... Boah, dieser Scheißtritt! No way! No way! No way! Ich bin doch gar nicht gebastert mit seinem Scheißkick da. Ja klar! Natürlich! Oh! 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 Mal gespannt! Oh! 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 Ich bitte auch einen Buff haben und nicht nur der Boss. Uah. Oh, oh. Oh, scheiße. Hm, genau. Darf ich was tun? Nein, ich darf nichts tun. Natürlich darf ich nichts tun. Oh, scheiße. Jedes Mal das fickende Ruin. Jedes Mal. Ich � thì auch nicht auf der Himmel. Hört mehr. Disschein. Ich bin signale. Hört mehr. Und. Wie's raus? Wie's raus? Ja klar, bin nur nach hinten ausgewischt, was soll ich sonst machen? Ja klar, bin nur nach hinten ausgewischt. 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 Das ist alles. Die Champions werden jeden Tag einen Tag kommen, um dich zu zubereilen. Was in der Hölle wissen, Cornelia? Hier ist ein Tipp. Es gibt keine so etwas als die Kräuter der Lichter. Es sind nur leute Hoffnungen. Falsche Träume. Kindliche Fantasie. Lieber kindische Fanta, als gar keine Fanta. Was? Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Oh, wir dürfen selber durch das Schloss? Ich habe zuerst gedacht, wir wären ein Schloss Cornelia. Sorry, Jed. Es war nie eine Merz, um es zu vergessen. Du bist richtig. Und ich sollte es hören. Sieht aber mehr nach dem... Sorry, dass ich dich in alles mitgemacht habe. Danke, dass du uns mit uns bis zum Endeffekt hast. Sophia, das ist jetzt unsere Welt. Ich lasse nicht, dass diese Basterde es als ihre Spielstelle benutzen. In 8-Bit-Optik. Und sie könnten ihre Klassen nicht wechseln, die armen Schweine. Endlich sitzen. Oh, das neue Rauchen. Welcome home. Don't you think it's a little dark in here? Wir haben alles hier, für heute. Es ist noch über 2000 Jahre vor dem Reignen unserer Freundin, der König. Wir haben die Schmerzen der Schmerzen gelegt, um dich zurückzunehmen. Mufenia's Tentacles können uns nicht hier erreichen. Du bist in eine gute Mühle. Ich habe ein Plan. Du sagst. Wir trainen die Warners of Light selbst. Interessant. Wie? Die Warners of Light werden in Cornelia geboren. Just wie du, Neon bist. Natürlich. Sie sind die Warners of Cornelia, nachher. Es macht Sinn, dass sie von da sein werden. Hoffnung, Hoffnung. Lufenia's nicht mehr an diese Warners zu einem anderen. Ich habe mich gefragt, wann ihr alle starten schemierst, um mich in Chaos zu machen? Er ist gut. Besser als gut. Nur Jack kann so kämpfen. Glad zu sehen, dass er wieder ist. Es dauert lange genug. Was? Unsere Erinnerungen sind schrecklich. Be safe, Jack. May the Crystals' blessing be with you, always. Sarah, I'd like you to have this. But... This is very special to you. You've never even let me touch it before. A friend gave me some advice once. He said, you've got to be crazy if you want to change the world. And is that what this is? Crazy? Perhaps. But it's only the beginning. Then what happens next? Hmm. Let's see. How about I spirit you away to my dark castle? Father will send his armies. Oh, I won't stand a chance. But the Lord of Chaos might. Maybe I should change jobs. Then the Warriors of Light will come. They're welcome, too. Float in Glo주 Und durch die Blume und durch die Schäden, wir erwarten den fatholigen Tag, als die Wurzeln der Lichter kommen. Obwohl der Glow der Blumen fängt erst an, sogar eine Sputteinung der Wurzeln ist brillant gegen die Schmutzung. Und so... So, das war ein Spiel, würde ich mal sagen, und das Spiel hatte eine Story. Achso, nur für den Hintergrund. Hier läuft gerade wieder das berühmte Frank Sinatra Lied, I did it my way, warum auch immer. Also muss ich mir irgendwas anderes raussuchen, was ich dahinter lege, damit es nicht ganz, ganz ruhig ist, während ich hier jetzt herumlabere. Was nachsynchronisiert ist, weil ich beim Nacheditieren herausfand, dass ab irgendeiner bestimmten Szene, ich weiß es nicht mehr genau, mal wieder das Mikrofon so ein bisschen in den Modus rübergegangen ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man es sich einigermaßen anhören kann. Okay, also, versuche jetzt nochmal aus den Tiefen meines Gehirns rauszuholen, was ich jetzt hier ursprünglich über das Spiel eigentlich gesagt habe. Wobei, lasst mich am Anfang noch ein kleines bisschen was, ja, negatives Sagen nicht zum Spiel, sondern zur Machart. Ich habe jetzt zumindest in dieser Folge wieder rausgefunden, wie viel schöner es ist, so etwas zu streamen, anstatt als Let's Play zu machen. Weil, sagen wir mal so, am Ende, wenn aus ungefähr vier Stunden rumdudeln irgendwie, was sind das jetzt, knapp 45 Minuten, 50 Minuten Content rauskommen, wobei der Rest jetzt hier jetzt nicht mehr unbedingt viel an gutem Content ist. Dann ist das schon sehr, sehr deprimierend, wenn dann so 15 Leute sich dann vielleicht angucken, wenn's hochkommt. Aber das ist es nun mal so. Also, ich habe ungefähr, weil nicht zwei Stunden, zweieinhalb für das Video hier gebraucht zum Aufnehmen und der Rest ist halt in die Death-Montage und andere Sachen reingefallen, von denen, die jetzt so einigermaßen nebenbei laufen. Aber das nur, nur fürs Protokoll. Das Spiel an sich. Ich fange mal mit der Grafik an. Wobei, ich bin an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht so wirklich mehr in der Lage irgendwie zu sagen, was hat ein Spiel gute Grafik, hat ein Spiel schlechte Grafik. Warum? Dieses Spiel hier, zusammen mit Elm Ring, ist das vom grafischen Aufwand her die Speerspitze von denen, die ich, ich glaube, jemals in meinem Leben tatsächlich gespielt habe. Und das sind Spiele, die auch auf der vorherigen Konsolengeneration laufen. Nur, das will ich einmal gesagt haben, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was nur auf der aktuellen Generation, beziehungsweise PC-mäßig halt läuft. Von daher, ich finde, das Spiel sieht wahnsinnig lecker aus, insbesondere die Charaktermodelle und die Lippensynchronität bei den ganzen Videosequenzen und so weiter. Da kann ich nur sagen, wow, sieht das geil aus. Andere sagen, what the fuck, du hast doch nichts Vernünftiges gespielt, das sieht doch nicht lecker aus, das ist alter Tobak. Ich finde, es sieht geil aus und zumindest weitestgehend. Wo es Abzüge definitiv in der B-Note gibt, das sind die Stellen, wo man sieht, dass das Spiel einfach keine Welt simuliert oder sonst irgendwas. Ich will damit sagen, wenn man sich mal anguckt, wenn ein paar Szenen spielen hier vor der Hauptstadt Cornelia und wenn das Spiel da ein bisschen rauszoomt und weiter in den Hintergrund man gucken kann, sieht man einfach, dass die Texturen sehr wiederholt werden, dass es sehr karg aussieht und so weiter. Auch im, wie nennt sich das, im Wolkenkratzer, wenn man da mal durchs Fenster guckt und halt irgendwie diese Texturtapete im Hintergrund sieht, sieht man, dass da nicht so viel Aufwand hineingeflossen ist, um zu simulieren, dass es eben auch weiter weg, dass es eine Welt ist. Sondern es ist halt ein Spiel, was aus Inseln besteht, sag ich jetzt mal, keine zusammenhängende Welt und da gibt es Abzüge in der B-Note, sodass ich unterm Strich bei einer, ich würde sagen, 8-0 lande. Zur Musik, also wenn ich das jetzt wegdenke mit, dass das Spiel eben nur aus Inseln besteht und aus keiner zusammenhängenden Welt, dann lande ich dann vielleicht bei einer, das ist aus meiner, das ist jetzt wirklich subjektiv, 8-5-9, weil es sonst wirklich sehr, sehr lecker aussieht. Wobei, es gibt auch wieder Abzüge in Leveln wie dem göttlichen Scheißhaufen, wo wirklich, ich meine, das sollte man eventuell auch mit einberechnen, das geht eher in Richtung Design, dass vieles einfach sehr, sehr gleich aussieht. Mit Wolkenkratzer, ja, super, aber da möchte ich an einer späteren Stelle nochmal drauf zurückkommen. Die Musik, ich lege noch mehr Wert als auf die Optik, lege ich auf die Musik und das ist immer sehr, sehr schwierig bei Spielen, die ich blind spiele, tatsächlich am Ende irgendwie zu, zu, ja, zusammen zu diffundieren auf. Jetzt kommt wieder Originalmusik vom Spiel, nur das nochmal gesagt zu haben, ne, jetzt ist Frank Sinatra vorbei. Und zwar, weil ich halt einfach sehr viel laber, ist ein Let's Play und da lege ich sehr wenig Fokus oder Konzentration auf die Musik. Ich würde sagen, es ist, es wird teilweise nicht so viel, glaube ich, aus der Vorlage verwurstet, wo wir jetzt am Ende herausgefunden haben, dass wir die Vorgeschichte zu einem Spiel von 1987 gespielt haben. Wir wissen jetzt, wer Garland ist, wer die Fiends sind und weswegen sie in dieser Zeitschleife drin stecken, für die die Story des Originals, ich glaube es ist von 1987, oder? Ich habe jetzt nicht vorher recherchiert. Auf jeden Fall interessant, daraus ein Spiel zu machen, nur nicht, es keine reine Nacherzählung ist, wie ich zuerst gedacht habe oder wie viele wahrscheinlich zuerst gedacht haben. Aber nochmal zur Musik, ich glaube, die Musik funktioniert. Es ist wenig vom Original verwurstet worden, glaube ich, aber es ist jetzt auch nicht wirklich viel da, wo ich jetzt sagen würde, das hat sich jetzt bei mir ins Gehirn gebrannt, aber das liegt halt auch daran, weil ich viel gelabert habe. Deswegen fällt es mir sehr schwer, diesen Aspekt zu bewerten. Deswegen würde ich sagen, 7-0, ich meine, das, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist nett und man für einen Abschluss, einen dramatischen durchaus würdig. Aber auch wieder, wie gesagt, ich wünschte tatsächlich, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr aus den Spielen, also aus der Vorlage noch mit herausgezogen hätte. Auch wenn der jetzt natürlich nicht unbedingt der Markenobus von Obumatsu ist, einer seiner ersten Soundtracks, hat mit Matoyas Cave, ist ja ein ganz berühmter, ganz berühmtes Stück daraus, Ansätze seiner Genialität. Aber halt eben, es war das erste Rollenspielwerk, sobald ich das weiß von ihm. Und da gibt es auch in den, ich glaube, Final Fantasy 3 hat noch durchaus, also da merkt man schon, dass er auch da sicherlich eine krasse Entwicklung schon in der NES-Zeit durchgemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er, ob das Spiel jetzt hier davon relativ viel verwurstelt hat oder nicht. Mir fällt jetzt nicht wirklich viel an, mir fällt halt auf, als wenn Finatra drin ist. Ausgründen. Ich habe keine Ahnung, warum. Einfach nur, weil I did it my way irgendwie diese Sackaufblähung von Jack sein soll. Ich weiß es nicht. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal. Hm, ist das jetzt was? Egal, ich habe keine Zeit jetzt drüber zu sinnieren. Ihr wollt Text von mir hören, falls doch irgendjemand da ist, der sich das oder die sich das jetzt gerade noch anhört. Wie dem auch sei. Also, ich gebe jetzt einfach mal der Musik eine 7-0 von 10, weil ich keine Ahnung habe, was ich ihr sonst geben soll. Also, ähm, ich habe jetzt nicht sämtliche Folgen nochmal durchgeguckt, um mir da jetzt eine bessere Meinung zu bilden. Gameplay. Gameplay und ich möchte vielleicht ein bisschen Spieldesign dazu noch sagen, um das miteinander zu verwursten. Wo ich jetzt auch nochmal aufs Level-Design und von meiner Seite auch, weil das durchaus Auswirkungen aufs Gameplay hat. Das Kampfsystem ist richtig geil, finde ich. Aber, ähm, jetzt gegen Ende habe ich mir gedacht, das Spiel ist vielleicht dann doch ein bisschen zu lange. Weil, was mich am Ende sehr genervt hat und, äh, das ist für mich, wo es einen großen Abzug gibt, ist, dass die Levels nicht viel mehr als Gekloppe geboten haben. Und, wo ich vielleicht jetzt sagen würde, dass die Vorbilder, ich weiß nicht, ob das Vorbilder sind, aber die ich jetzt für mich als Vorbilder sehe, die From Software spiele. Wo, wo einfach halt eben auch man sich sehr viel Gedanken gemacht hat, weitestgehend zumindest, wo ich welchen Gegner platziere. Dass ich ohne Karte gut durch das Level komme, ist das hier nicht der Fall. Gerade gegen Ende, der Wolkenkratzer vor allem. Oder eben auch der göttliche Scheißhafen. Alles sieht gleich aus. Ich renne rum und weiß ehrlicherweise nicht, wo ich hergekommen bin und wo ich hin muss. Also, außer, dass ich mich vielleicht an diesem Marker orientieren kann, der im Spiel, im Level anzeigt, wo ich hin muss. Das finde ich sehr, sehr schwach. Optisch, darüber hinaus, außer, dass jetzt gerade gegen Ende, fand ich, viel gleich aussieht, erinnere mich noch an diese Höhle der Piraten, die wirklich sehr, sehr schön ausgesehen hat. Das Spiel hat durchaus Momente, die sehr, sehr schön aussehen, auch in den Leveln. Aber halt eben nicht viel darüber hinaus. Da, wo man versucht, Abwechslung zu bieten, beispielsweise wieder der Wolkenkratzer, wo ich irgendwelche Säulen umhauen muss, um mich durch die, ja, durch die Levelarchitektur dann am Ende durchzuprügeln zu können, weil dann dadurch irgendwelche Barrieren fallen. Ähm, finde ich es sehr, sehr schwach, dass man damit nicht mehr gemacht hat. Ich erinnere mich ja noch an das Wrecklo-Daboratorium, hatte ich in einer Folge gesagt, weil mich das Spiel da ein bisschen daran erinnerte, außer, wenn ich sie zwölf, wo ich Schalter umlegen muss, die die einen Türen einschalten, die anderen Türen ausschalten. Und muss mich dann durch ein relativ leichtes Labyrinth, ja, es ist relativ leicht, aber es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Außer, außer halt Dauergekloppe. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass man damit wahnsinnig windig gemacht hat. Diese Wetterkugeln kamen noch ein bisschen eher in diese Richtung. Und auch wenn es in der Situation durchaus ein bisschen genervt hat mit der Nebenmission, wo man die Kaktoren finden muss, war mal ein bisschen was anderes drin, dass ich eben mal Dinge suchen muss. Oh, ist das die Final Fantasy Fanfare, oder? Finde ich gut, dass sie das jetzt nochmal mit reingebracht haben. Und deswegen, dass das Kampfsystem wirklich, wirklich cool. Und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und hat mich weit in das Spiel reingetragen. Aber gegen Ende wurde es für mich persönlich ein wenig Fahrt. Weil es eigentlich das Einzige war, wo ich sagen will, das hat das Spiel richtig, richtig gut gemacht. Und auch durch die verschiedenen Klassen und die verschiedenen, ja, durch, ja, ich weiß nicht, viel unterschiedliche Herangehensweisen. Ob es jetzt wirklich unterschiedliche Herangehensweisen sind, will ich jetzt. Ich meine, es läuft darauf hinaus, dass man ausweicht unter den Seelenstil benutzt, damit Sachen aufwirkt und damit Dinge tun. Aber wie viel Risiko und so weiter man damit reinbrezelt, beispielsweise mit dem Dunkelritter und den Techniken, die, wollte ich jetzt nicht sagen, Lebenspunkte verbraten, ist schon, also ist wirklich, das Kampfsystem ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und da möchte ich jetzt zusammen eine sehr, 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 sehr wohlwollende 8-0 geben. Ich hätte, das möchte ich jetzt am Ende zusammenfassen, gebe ich dem Spiel eine 8-0, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, das ist irgendein Scheiß. Deswegen, vielen Dank für den Vorschlag. Hätte ich mich nicht darauf festnageln lassen, hätte ich das Spiel nie als Let's Play gebracht. Was kommt als nächstes? Weiß ich noch nicht genau. Ich hatte jetzt Grüße an Luzipho, falls du noch zuguckst. Gehört jetzt zu den letzten, die mal nachgefragt haben, wann kommt Nioh 2. Ich überlege, ob ich in relativer Kürze Nioh 2 bringe. Bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Vorher kommt noch was anderes, definitiv. Deswegen sage ich mal an dieser Stelle, jetzt ist die Footage ausgelaufen. Ich habe schon viel mehr gelabert, als ich gedacht habe. Möchte ich das auch zum Ende bringen. Ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir hören und sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Macht es gut und ciao.